Hi, ich bin Vicky von myJunior und im heutigen Ratgeber geht es um den Wechsel von der Babywanne zum Sportsitz. Wenn ihr bei uns einen Kinderwagen kauft, kauft ihr einen Kombi-Kinderwagen. Das ganz normale 2-in-1-Paket, da ist alles mit dabei, auch die Babywanne und auch der Sportsitz. Und eine der häufigsten Fragen, die wir von euch bekommen, ist, wann wechsle ich denn? Wie alt muss mein Baby sein? Welche Voraussetzungen muss mein Baby erfüllen? Und das will ich euch heute mal erklären. Es ist ja ein sehr emotionaler Moment. Man ist monatelang mit der Babywanne rumgefahren, aber irgendwann kommt man an den Punkt, das Baby ist zu groß für die Babywanne. Das Baby möchte vielleicht nicht mehr in der Babywanne sitzen oder liegen und möchte mehr entdecken. Und dann fragt man sich, kann ich schon zum Sportsitz wechseln? Und ihr habt es bestimmt schon mal gehört, in der Regel wird gesagt, wenn das Baby selbstständig sitzen kann. Das ist ja ganz unterschiedlich. In der Regel passiert das zwischen 8 und 10 Monaten, bei einigen Babys früher, bei vielen Babys aber auch erst später. Aber ihr hofft auch früher schon zum Sportsitz wechseln und das ist tatsächlich möglich. Ihr müsst nicht warten, bis euer Baby aufrecht sitzen kann. Ihr könnt auch schon vorher zum Sportsitz wechseln. Wir haben mit verschiedenen Physiotherapeuten und Kinderärzten dazu gesprochen. Und das Ergebnis ist, ihr müsst mindestens bis zum sechsten Monat oder solltet mindestens bis zum sechsten Monat circa warten. Das Wichtigste ist, dass das Baby den Kopf richtig halten kann. Denn dann ist die Nackenmuskulatur auch vernünftig ausgebildet und das ist in der Regel mit 6 Monaten soweit, dass die Nackenmuskulatur richtig ausgebildet ist. Und dann könnt ihr zum Sportsitz wechseln. Aber ihr dürft nicht schon zum Sportsitz wechseln in dieser geraden, aufrechten Position, die jetzt hier gerade eingestellt ist. Dafür ist euer Baby noch zu klein, wenn es noch nicht alleine aufrecht sitzen kann. Diese gerade Position also erst, wenn euer Baby von alleine sich hinsetzen kann. Vorher könnt ihr aber schon eine andere Position wählen. Wir haben ja hier verschiedene, die halbliegende und die ganzliegende, die flache. Die könntet ihr zum Beispiel am Anfang wählen, wenn ihr euer Baby hier reinlegt. Der hat es schon mal eine andere Perspektive. Ihr könnt es vernünftig mit dem Magic Lock System anschnallen und da kann dann nichts passieren. Und wenn ihr dann merkt, euer Baby ist etwas weiter, könnt ihr auch diese halbliegende Position einstellen. Die ist dann auch in Ordnung. Und sobald euer Baby dann richtig gut sitzen kann, könnt ihr dann die gerade Position einstellen und euer Baby kann gerade sitzen. Und wir haben hier den Sportsitz auf unserer Homebase installiert. Die ist auch sehr praktisch, wenn ihr die zu Hause habt. Da könnt ihr dann einfach euren Sportsitz drauf machen und habt quasi einen Hochstuhl für zu Hause. Den braucht ihr dann nicht nochmal extra kaufen. Und wenn der Wechsel dann irgendwann ansteht, ist das auch ganz einfach. Ihr habt den Sportsitz ja dann schon zu Hause und könnt die Babywanne, das kennt ihr von eurem Kinderwagen, hier ganz einfach rausklicken und dann den Sportsitz darauf installieren. Und dann kann euer Baby auch nachher im Sportsitz mitfahren und die Welt ganz anders entdecken. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weiter geholfen. Also wartet mit dem Wechsel, bis euer Baby den Kopf richtig gut halten kann und die Nackenmuskulatur ausgebildet ist. Und die gerade Position, wie gesagt, erst, wenn das Baby selbstständig sitzen kann. Und abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.